hallo und herzlich willkommen zu agar.io in minecraft auf dem agar.nic.net server und ich würde sagen mach es einfach mal slash join und mal gucken ja ok nice weiß gar nicht ob die f5 sicht vielleicht sogar besser ist kann ich nicht beurteilen und er hat sich geteilt das ist das problem du siehst hier sehr schnell sehr wenig probier es mal mit f5 ja ich glaube so geht es halt das ist so nice ich habe das jetzt gerade gerade eben habe ich die möglichkeit gehabt jetzt auf den server drauf zu kommen weil das ist eine neue lobby also eine lobby so eine zweite lobby und ich bin schon wieder tot ach der hatte 65 also ich bin ein relativer noob in dem spiel das ist jetzt meine erste runde und ich feiere das einfach gerade weil er hat jetzt eben eine zweite lobby aufgemacht gestern gab es nur eine lobby und schmiedertod mann mann so farney aber jetzt gibt es die zweite hier seit kurzem beziehungsweise gerade eh ich weiß nicht keine ahnung und ja jetzt habe ich auch die möglichkeit mal zu zocken das heißt ähm ja jetzt wird rasiert ich will jetzt eine esse das ist so das was ähm was mein ziel ist komm zack zack jawoll schön schön zack zack jawoll ui oh ne komm bitte nicht von der seite ich weiß gar nicht splitter kann man sich wahrscheinlich eh mit ähm mit leertaste gehe ich mal davon aus ich habe zwar ein 60 jetzt das ist voll nice dass es im bildschirm angezeigt wird aber ich finde das so geil alter ohne witz ich feier das so ich glaube so ist sogar noch besser wenn ich so so ich glaube so hat es so ist noch geiler vielleicht aufpasse alter zack so einen vielleicht erst so ein kleiner wäre vielleicht ganz ganz geil zack oh fuck nein das ist so schwer da jemand zu treffe unglaublich ich hab einen ich hab einen ich hab noch nein ok schade hab gedacht ich krieg den auch noch wege da wege banane you need ah ich brauch 150 zu split ok dann müssen wir mal gucken dass wir wieder 150 zusammenkriege komm ich hab jetzt einen gegessen jetzt jetzt wird's ernst jetzt will ich noch ein zweiter essen jetzt kommt her kommt her nein folg dich ich finde das ist so geil gemacht aber ich noch noch ein gegessen noch ein gegessen 246 jetzt geht's ab jetzt geht's ab sheesh nice jetzt erst mal ein bisschen reingekommen und jetzt jetzt läuft's jetzt jetzt bin ich im spiel drin gucke komm noch ein gegessen ich bin jetzt auf dem scoreboard sechster fresh aber ziemlich große da kommt ein kleinere probiere ich vielleicht einen zu kesseln ok die verschwinde grad beide na gut lauf ich jetzt einfach mal hier durch oh ich finde das spielprinzip so geil sowas umzusetzen finde ich so krass irgendwie also ich weiß nicht irgendwie hier ich könnte sowas nicht ich könnte sowas nicht probably hacking da sind zwei die Hacker nice läuft zack komm her komm komm ich weiß gar nicht was die was die teppiche da solle ach scheiße da war jemand auch man ich würde sagen wir machen noch eine kleine runde hinterher wir schaffen es nochmal ok naja es war's dann mit der kleine runde ich würde sagen wenn euch diese kleine runde gefallen hat in minecraft auf dem agar.blabla ist in der beschreibung der server könnt ihr auch mal vorbeigucken es sind leider nur 45 äh 55 slots oder 45 slots pro server das heißt es wird relativ schwer drauf zu kommen ich habe jetzt mal die möglichkeit da als ich jetzt grad ein zweiter server aufgemacht habe wo welcher deshalb grad halt mitkriegt so und ja weswegen würde ich sagen wenn euch die runde gefallen hat lasst einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal Tschau